Aber ich hätte gern halt ein Kill noch, ne? Und ich stand vor dem, hab aufm Kopf gehalten und erzählt da Prost. Hast du geimpriert oder...? Nein, gescoped wie so ein super Pro. Ich hab's ey. Ey, kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für Energy. Unglaublich. Du kommst hier durch Fenster rein. Du kannst von oben aus dem Fenster droppen, dann kommst du auf die Kante hier und dann kannst du hier reinkommen. Kommst hoch? Ich guck's mir an. Ja, ich komm hoch. Ich dachte ich guck's mir von unten an, jetzt ist egal. Aber das ist halt wieder so ein Ding. Hockst du dich hin, gehst langsam vor. Wieso hast du das? Au! Ja genau. Ich hab mir den Fuß bebrochen halt. Du musst das langsam machen. Ganz langsam vorsteppen. Dann wieder zurücklaufen sofort. Ja Digga, ist doch kein Problem für mich. Hast du's geschafft? Klar. Genau, dann kommst du rein ohne Key und dann kannst du das Fenster wieder rausspringen. Ja, 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 ja. Wie die Maske, ey. Boah, jetzt muss raus. Eine nur, ne? Ich hör das hier. Ich stepp jetzt über die Wiese. Boah, Spieler. Gebt's noch? Äh, ja. Mehr oder weniger, wenn man das so nennen kann. Geht gleich wieder. Da kommt was. Dann mach weg. Bist du tot? Nein. Naja, wie lange würdest du zögern zu schießen? Äh, wenn er in mir steht und meine Pistole wegdrückt, wie soll ich dann schießen? Ja, aber ich konnte nur auf sein Bein schießen gerade und, äh, ja, dass da irgendwie noch von dir ein Hautfetzen da lang drängt. Boah, der Sniper Scaffi ist oben. So, ich geb alles. Ja, ich weiß jetzt was es war. Alter, sag mal. Ist der Auto da? Hätte nicht genügend Geld für uns beide. Jetzt ist er weg. Hahaha Hey, yo, 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 sorry, sorry, sorry. Hey, uh, anyone there? Hello? Hey, ich trau auf dich. Danke, ich hab mir nie hochgeheilt. Ich bin rausgeflogen. Was? Disconnect. Jetzt geht's los. Yo, ich auch. Yeah! Hey, wechsel mal deine Server-Server-Lennungs, bitte. Ja, mach ich gleich. Geht. Geil. Ja, ich hab'n Disconnect. Juhu! Ey, da hinten läuft... Ey, das ist ein PMC, ne? Am Road to Customs, aber Naki Dai. Oder war's ein Scaff? Ich hab wieder Disconnect. Nein! Der ist rechts rüber gelaufen zum Wasser. Ey, komm schon. Ich glaub, das ist Naki Dai. Hey! Oh, ich bin auch da. Ich lass' mir jetzt gleich ein, weil's Naki umzubringen. Ey, nicht das selbst. Ne, schön, wie schön ich da auf der Straße steppe. Wir sehen den nächsten Disconnect. Nein! Digga, man kommt hier gar nicht ans Wasser ran. Das hat Nikita weggemacht. Nein! Disconnect! Ne. Ich wollte euch nur das Streets-Feeling geben. Nice. For real, die arme Muni. Jaaa, 6er-1. Ich hab' Mates, vielleicht bringen die mir netterweise nochmal aus. Gefällt mir grad. Jaaa, bei uns allen ist es so, Pedi. Das ist der Server, der ist sowieso sehr hoch von Lennox. Das wussten wir, wir wollten es aber testen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen!